Johannes Prasek, Brief an Gisela Gunkel, geschrieben am 24.02.1942 Johannes Prasek wendet sich in diesem Brief an ihre Mutter Gisela Gunkel, die kurz vor ihrem Abitur steht. Es geht um die weltanschaulichen Grundlagen des Nationalsozialismus, wie sie zum Beispiel der Schriftsteller Erwin Guido Kolbenhaier vertritt. Kolbenhaier hatte eine Dichterlesung in Lübeck gehabt und Johannes Prasek war dort nicht, aber meine Mutter hatte die besucht und war wohl irgendwie beeindruckt und hatte das Gespräch auf bestimmte philosophische Fragen, die dort auftauchten, gebracht. In dem Brief ist es interessant, auch das mitzuhören, was nicht drin steht. Die Gefährlichkeit, sich kritisch zum Regime zu äußern. Ob Prasek damals schon wusste, dass er überwacht war, weiß ich nicht, aber man spürt, wenn man den Brief liest, dass es durch vermientes Gelände geht. Er möchte aber trotzdem deutlich sein. Liebe Gisela, bist du mir böse, wenn ich nach dem, was hier gesagt wurde, doch einmal wieder Recht behalten will. Mit meiner anmaßenden Behauptung vom gestrigen Abend, das, was im Amor Dei Spinoza vertritt, auch ein Bekenntnis Kolbenhaiers gewesen sei. Ich kann dir das hier nicht mit kurzen Worten auseinanderpulen. Dazu müsste man mehr darüber kennen. Wie sehr die heutigen Denkprinzipien, die auch Kolbenhaier sich zu eigen macht, in den Gedankenwurzeln, auf denen Spinoza aufbaut. Spinoza ist nicht ihr Urheber. Er baut auch schon wieder auf der pantheistischen Naturphilosophie der Renaissance, wie sie namentlich in Giordano Bruno auf den physikalischen Mechanismus, wie er in Hobbes ihm begegnet ist. Diese Leute gehen aus von dem Grundsatz, den ich dieser Tage in einem anderen Zusammenhange ungefähr so ausgedrückt fand. Das Weltwirkliche, das man hier mit dem Worte Substanz gleichsetzt, ist etwas, das keine Ursache hat, sondern den Grund für sein Dasein in sich selber trägt. Wie es denn als Folge daraus überhaupt gar keine Ursache und Wirkung gibt, sondern nur einen Grund und eine nach rein mechanischen Gesetzen sich ergebende Folge. Unter solchen Voraussetzungen ist auch ein Schöpfer nicht nötig. Adios und frohen Gruß. Zerauf dir doch bitte bei deinen Abiturvorbereitungen nicht zu sehr die Zierde deines Hauptes. Du hast mir neulich einmal das Bild der Olympia geschickt. An die muss ich jetzt immer denken, wenn ich dich mir vorstelle. So ein bisschen was Titanisches und Himmelstürmendes hat sie ja an sich. Und du vielleicht auch? Macht nichts. Ist gut so. Bloß hast du damit dann auch das Leid, all derjenigen mitzutragen, die mehr wissen wollen von dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Darf ich dir sagen, dass ich für dich bete? Nicht aus kleinlicher und entehrender Angst um dich, sondern darum, dass du ganz weit vordringen kannst bis zu den Quellen des Geistes und in dem, was du dann besitzt, Freude und Ruhe haben kannst. Dein Johannes Prasek Dein Johannes Prasek Untertitelung des ZDF, 2020